Stoppen und Einladen von mir und meiner Hündin her. Ich lade sie ein, habe eine bewegte Körperhaltung, weich, geh runter, beweg mich hin und her, mach mich klein, bin bewegt mit meinen Armen und Beinen. Und jetzt ist der Wechsel in eine aufrechte, starre, ruhige, große, mich groß machende, raumeinnehmende Körperhaltung. Jetzt wieder das Einladende, kleiner Knick mit dem Kopf, wieder groß machen, ruhig weggehen, Kopf runter einladen und wieder stoppen mit groß machen. Ein ständiger Wechsel zwischen Energie. Einladen, mitnehmen, aber in einer ruhigen Energie stoppen, groß machen und loslaufen. Du siehst, der Wechsel ist ganz natürlich und für den Hund erkennbar, weil das seine Sprache ist und er ist darauf geh, dafür geboren, das zu lesen. Ein klarer Stop, eine klare Begrenzung, eine klare körpersprachliche Einladung, eine weiche Geste, eine nette Berührung. Untertitelung des ZDF, 2020